41, besitzt ein paar ganz besondere Schmuckstücke. Die ehemalige Schauspielerin ist stolze Mutter von zwei Kindern. Zusammen mit ihrem Mann, 38, durfte sie bereits Sohnemann, 4, und Töchterchen, 2, auf der Welt begrüßen. Die beiden sind wohl der ganze Stolz der 41-Jährigen. Und um sie immer bei sich zu haben, trägt Megan ihre Liebsten auf ganz dezente Weise am Körper. Wie das Hallo-Magazine berichtet, haben sich Schmuckexperten die Accessoires von Megan mal genauer angeschaut und festgestellt, dass sie ihre Familie in ihren Ketten und Ringen verewigt hat. Unter anderem trug sie wohl schon zu mehreren Anlässen einen sogenannten Ewigkeitsring. Bei den Steinen soll es sich um die Geburtssteine von ihr, Harry und Archie handeln. Außerdem besitzt sie zwei feine Ketten, die die Sternzeichen ihrer beiden Kinder darstellen. Von uralten Diamanten bis hin zu aufstrebenden Designern, Megan Markele hat ein Auge für Schmuck, lobt der Diamant-Experte Maxwells Ton. Ein paar von Megans Schmuckstücken hatte sie aber auch ihrer verstorbenen Schwiegermutter, christliches Kreuz, 36, geerbt. Als sie 2021 eine Veranstaltung in ihrem eigenen Garten organisiert hatte, trug sie eine Uhr, die früher Diana gehörte. Die goldene Uhr stammt von der Luxusmarke Cartier und soll rund 23.200 Euro wert sein. Tipps für Promiflash Einfach i-Mail an